hey leute willkommen zum neuen video also eigentlich mache ich ja immer sehr fröhliche videos aber in diesem video wollen wir über ein ernstes thema reden jeder hat es mitgekriegt eine richtige tragödie ganz deutschland ist am trauern die ganze welt ist am trauern keiner hat damit gerechnet und niemand hätte geglaubt dass das so schnell gehen kann dass es so schnell rum ist ich bin in gedanken bei den familien die zu hause sind die voller trauer sind aber leider passieren auch solche momente aber wer soll mit so was rechnen kein mensch hätte damit gerechnet dass es wirklich so schnell geht ich wiederhole mich aber es ist schon ein sehr ernstes thema was mich bedrückt was viele viele in deutschland bedrückt sehr viele menschen aber ich glaube keiner hätte damit gerechnet keiner hätte damit gerechnet das dschungel camp auf einmal rum ist aber gucken wir halt was anders macht platz wenn der king kommt king kong ich spiel mit euch ping pong wenn ihr zunahmein gesicht kommt ihr wisst schon die hits kommen wie ein windsturm nach eurem höhenflug stürzt ihr ab wie der bitcoin bye bye mach ich mit der high five euer stil stein zahlt auch wenn ihr auch trappi zu euren rhyme schreibt ich bleib heiß schreibt lines während meiner freizeit beat und der rap bin zusammen meiner einheit fügt es aber hated mich redet nicht meine lines rumschlingen deinen körper und zähm dich dass der druck so hoch ist und dein schädel bricht elendig mach keine politik bruder empfehle ich redest auf deutsch aber ich verstehe nicht no 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 weil du ein esel bist i a i a redest was von lila zeig euch mittelfinger aus mein safira ihr wisst wenn ich komm gibt's kein bla 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 ich bin nicht euer chef tischata ist das klar bla bla wer du bist und wie du heißt interessiert kein arsch bla 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 Vielen Dank.